Hallo, ich bin Guido Mell, Spieler von der SV. Ich bin 26 Jahre alt und zusammen mit der SV beunterschiede das Projekt Anschaut zur Öffnung. Untertitelung des ZDF, 2020 Der SV und ich engagiert sich für das Projekt Anschaut zur Öffnung. Ich möchte Sie bitten, auch zu tun. Ihr Guido Mell